Musik Grüß Gott, mein Name ist Claudia Wassner. Ich bin Domorganistin hier im Augsburger Dom. Für die Reihe Orgelmusik für die Seele möchte ich jetzt gerne die Partita Ich will dich lieben, meine Stärke von Karl Kraft spielen. Karl Kraft hat gelebt von 1903 bis 1978 und war 53 Jahre lang Augsburger Domorganist. Ich bin Domorganistin hier im Augsburg. 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 Ich bin Domorganistin hier im Augsburg.